Da, 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 da! Wo ist der? Oh! Dann ist noch einer. Bausch, die geht einfach nur rum. Oh! Das war nicht so. Hey! Warum drehe ich das Video? Ich bin nicht dumm. Drehen wir auf den Drittchen. Schau mal, ich... Light up, light up sketches. Light up, light up my bike. I like me my Gucci shoes. Show me your boobs. You like me too. Was machst du da, Bro? Scheiße, sowas nicht geplant. Hey, yo! Was geht ab, Freunde? Willkommen zurück zu meinem Video auf meinem Kanal. Heute wieder mit Nora Taze. Heute wieder mit Nora. Was geht ab? Stacey? Ja, kommt ein Faust. Was für Corona. Ich bin kein Genöse. Jetzt kommt ein Faust. Wir werden ändern. Heute ist Nora wieder am Start. Wir seht nach langer Zeit. Erstmal Applaus für Nora. Ihr macht jetzt erstmal Likes sehen, Leute. Endlich kriege ich wieder Klicks. Nein, Nora ist jetzt am Start, Freunde. Ich weiß nicht. Ihr müsst Nora mal motivieren, Leute. Sagt ihr, spankt sie voll, dass sie aktiv werden soll auf ihren Social-Media-Kanälen. Auf Instagram heißt sie Steady Proud. Sie heißt dort? Nora Cici 22. Spankt sie voll, Leute. Dass Aktiv Videos endlich kommen. Ich meine, sie hat das Potenzial. Sie hat Micha ins Bruder. Das kann nur laufen. Deswegen, Leute. Macht auf jeden Fall da bei Instagram mal die 40k-Follower-Reich-Verlust-PSM-Karten. So, Leute. Auf jeden Fall. Heute gibt's neues Video. Wir drehen heute. ProKill, den Nora macht, darf sie mir einmal an die Haare schneiden. Und ihr wisst, meine Haare sind mir heilig. Also ich lasse ja oben meine Haare ein bisschen länger wachsen. Deswegen trage ich auch oft Käppies. Aber sie darf mir, ihr seht ja auch, die Seiten sind wieder auf 500. Sie darf mir ProKill, den sie macht, einmal mit dem Rasierer an die Haare schneiden. Das ist ein sehr, sehr krasses Video. Deswegen, es hat mir auch Überwindungen gekostet, das überhaupt zu drehen, Leute. Sie hat sich auch jetzt eine Stunde fertig gemacht. Also wenn ich mich jetzt mal sage, gebt einen Daumen nach oben, Leute. Abonniert diesen Kanal. Road to 300k. Abonniert alle von meinem Bruder den Kanal und meinen Kanal. Und macht die 10.000k... 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 11.000k... 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 12.000k... 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 13.000k... 13.000k... 14.000k... 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 Folgt mir da, wer ist du auf TikTok eigentlich? Nora Stacey Mhm, folgt uns auf TikTok, Freunde. Ihr wollt doch TikToks mit uns beiden sehen. Nimm das einfach, TikTok ist jetzt eh ein kranker Scheiß während der Quarantäne. Also TikTok geht richtig ab. Ohno, ich würd sagen, nimm das Headset, nimm den Controller. Wir haben zwei Stunden schon ein bisschen geübt. Ich weiß. Sie hat ein relativ gutes Aim, deswegen ein paar Kills müsste sie eigentlich machen. Ich hoffe natürlich nicht, weil sonst heißt es Light up, light up, my world. Kann ich dir sagen, here we go, slow bro. Puff. Kann man ran? Guck. Ist das? Ja. Oh, fuck. Okay, Freunde, ihr seht, Nora hat einen OG-Skin an. Also, falls du mal wüsstest, was du gerade für einen Skin an hast, ist einer der Tolleste. Ich lande jetzt irgendwo. Okay, Nora, wo willst du jetzt landen? In Misty Meadows. Freunde, falls ihr es nicht wisst, Nora hat drei Chancen. Also drei Runden, weil sie halt nicht so gut ist. Ja, wisst ihr ja. Freunde, was glaubt ihr, wie öfter Nora mir mit dem Rasierer in die Haare schreit? Ich glaube nicht so. Was glaubst du, Nora? Wie oft kannst du mir die Haare schneiden dann? Also, weil ich das ja nicht jedes Mal spiele, glaube ich auch nicht so oft. Aber mindestens hoffen wir mal mindestens drei Mal. Erstmal. Warum versteckst du dich in der Box? Warum? Ich bin doch nicht so gut. Was soll ich machen? Ja, wahrscheinlich. Aber wer versteckt sich ja in der Box, um was zu trinken? Um so einen Mini-Drink zu trinken. Okay, du hast ja noch wirklich irgendwas kaputt. Kann das sein? Ich hab keine Ahnung, was ich mache gerade. Hör, ich merke, du wirst... Nee, die Pakete bringen. Du wirst kein Postbote von der DHL. Du musst ja nicht viel machen. Light up. Light up. Light up. Leute, ich bin auch nicht selber der WrestlePro. Was ist das denn jetzt? Was mach ich da? Digga! Voll geil! Sturzpolster. Ah, kriegst keinen Fallschaden. Ah, Leute. Trampolin-Fahrt, Freunde, glaube ich. Müsste ich mein Kind lieber machen, dass du mir auch die Haare schneiden darfst? Ja, aber hier ist bis jetzt niemand. Also, ich hab bis jetzt hier niemanden gesehen. Oh, 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 oh! Also, such jetzt jemanden, damit ich ihn... Da, da, oder? Also, ein Hit gemacht! Noch ein Hit! Boah, du schießt einfach ein Bild irgendwo hin. Noch ein Hit, Leute! Dritter Hit! Ich hör doch Schüsse zurück! Da ist jemand! Ja, was wirfst du denn die ganze Zeit? Werf doch keine Dinger! Das ist ein Handlanger. Das ist kein Echt. Ha! Das ist ein Handlanger. Das ist kein Mila-Kill. Wie sie glaubt, Freunde. Wie sie dachte, dass der Handlanger ein Kill ist. Bro! No! Hell! No! Fortnite ist Liebe. Also, Fortnite war damals krass. Das war eine, das war mal eine, Leute! Ja! Warte, warte! Da! Nein, 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 nein! Das ist keine Ahnung! Doch! Sie witzgegeben! Witz mit dir! Witz mit dir! Witz mit dir! Witz mit dir! Oh, shit! Du bist echt schlecht, Bro! Oh, okay, Freunde. Sie hat aber noch zwei Runden. Deswegen würd ich sagen, you we go! So, Leute. Nora hat jetzt ihre zweite Runde. Diesmal wirkt sich zum Strand gehen, hast du gesagt. Nora denkt, oh, das wär so ein Real-Life-Game. Das ist aber ein Game. Es geht ums Überleben, Mann! Ich finde, dass allgemein unnötig bin, Mann. Ich finde, dass allgemein unnötig bin. Was ist ein Lama? Erzählen sie weiter. Was ist ein Lama? Weißt du, wie gut das ist? Ja. Guck mal, wie viele Sachen du jetzt bekommst. Mann! Jetzt wirft dir schon wieder die ganze Zeit diese Polzer. Hast du nicht gecheckt? Das ist kein Trampolinpark, Mann. Du wirst durchgehen diese scheiß Dinger rum. Das ist einfach nur Blasen. Eigentlich mein Ziel ist es, einfach Leute hier zu kennen. Ja, das soll doch dein Ziel sein, damit mir die Haare abgekattet, oder? Stell dir vor, ich würde nur noch die Haare abkattet. Wie viele Likes wird das Game los? Mit dir eine Glatze? Mindestens 50.000. Benora, bei wie viele Likes machst du dir eine Glatze? Nein, ich mach mir für keine Likes eine Glatze. Leute, bei wie viele Likes machst du dir eine Glatze? Nein! 100.000. Was ist das? Das ist ein Helikopter. Das ist ein Helikopter. Nicht mit einer Shotgun, auf einen Helikopter. Die ist auf Nahkampf, nicht auf Weihkampf. Gehört keiner, Alter. Nora, was sagst du? 100.000 Likes, Glatze? Nein! Wir schaffen doch eh nicht 100.000 Likes. 100.000 Likes bei Cetric eine Glatze, ja. Klaust du, wir schaffen 100.000 Likes? Wenn wir das schaffen, dann kriegt Cetric eine Glatze. Nein, du! Sagen wir dir bei 200.000 Likes. Nein! Wir schaffen niemals 200.000 Likes. Okay Leute, bei 30.000 Likes kriegt Nora eine Glatze. Mensch, was? Ey, lass ich einfach vor auf einmal machen, diese 100.000 aufholen. Ich dachte schon, sie würde wieder mit einer Shotgun schießen. Oh, der tötet sich da und du musst Bau hin! Du bist so eine Rentnerin, so nah an Bildschirr, du musst Bau hin, wenn der auf dich schießt. Dann lass du eh kommen. Lass, Nora, hol ihn dir! Dann lass du dir essen. Wo ist der? Ich seh ihn nicht. Da! Da, da, da! Warte, wo ist der? Oh! Oh! Ich kann den einmal schon mal hier in die Hand schneiden. Oh, Leute! Leute, was ist das denn? Da ist ja noch einer direkt. Das kann ja direkt zur zweite. Da, 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 da! Oh, Mann! Was ist denn los? Auf, Nora! Sie hat sogar noch nicht... Sie hat echt zwei Kills gemacht. Ich dachte, das wäre gerade noch Spaß. Sie hat sogar zwei Kills bitte gemacht. Also sagen wir schon mal, nee! Eins, zwei! Aber darf ich nur einmal so kurz durch deine Haare gehen? Ja, reinschneiden halt! Leute, auf was habe ich mich hier eingelassen, Freunde? Auf was habe ich mich hier eingelassen? Ich mache ihn extra gleich Boxer. Ich dachte, ich mache diese Challenge extra mit Nora, weil Nora halt Spread Up nicht gut ist, ne? Da hätten es noch einer. What the fuck! Oh, 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 oh! Das denn jetzt? Das ist ja gar nicht mehr lustig gerade. Mann, ich dachte, die Challenge macht Spaß! Oder nicht? Digga, wenn ich jetzt dreimal die Haare rasiert schon bekomme, das ist jetzt sogar wegen gesnipet, Freunde. Also für diesen Sniper kriegt man einen Daumen nach oben. Auch wenn es nur eine random Person war, die rumgestanden ist. Was ist denn los mit dir? Was macht mir noch keinen Spaß gerade? Mir macht das Spaß. Leute, ich dachte für Realtalk, es ist so eine Challenge, wo ich einfach nur rumsitze. Aber es ist eine Challenge, wo ich rumsitze. Der will einfach nur kurz ein bisschen durch deine Haare. Ja, Paketbote, was willst du eigentlich von mir machen? Denkst du auch, du wärst DAL, ne? Das ist Fortnite. Leute, was macht ihr eigentlich in der Quarantäne die ganze Zeit? Und schreibt mir mal in die Kommentare, wenn sie gehen, was ihr für Videos sehen wollt. Ganz, ganz wichtig. Ich sehe immer, Cedric, mach Videos aktiv. Ich würde es lieben, gern machen, aber ich habe auch nicht immer die, ja, Ideen, sage ich mal. Deswegen schreibt mir in die Kommentare, was ihr sehen wollt, Freunde. Euer Support ist wichtig. Auge des Stums wirklich. Da ist jemand, da ist jemand. Da, 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 da. Oh, oh, oh. Ja, das freust du dich. Als ob du den kriegst. Als ob du, wenn sie den jetzt kriegt, dann mach ich eine Glatze. Dann halt, dann mach ich eine Glatze. Wenn Nora den kriegt, Freunde, ich weiß nicht, wenn Nora den kriegt, mach ich eine Glatze. Siehste? Also sie hat bis jetzt nur loste Gegner, aber ja, du ist safe weg. Leute, wenn Nora den geht, dann mach ich eine Glatze. Safe. Da, da, oder? Doch, doch, oder? Doch, ha, ha. Warte, du sagst, den kriege ich, den kriege ich, den kriege ich doch. Wenn ich den nicht kriege, ich weiß auch nicht. Oh, ich hab für einen kurzen Moment gedacht. Drei, drei, drei. Okay, Nora, drei Kids, doch schon mal gut. Du hast ja noch eine Runde. Plus du darfst mir jetzt dreimal, äh, hier, äh, die Glatze. Ich dachte schon, die Augenbrot. Du darfst mir dreimal die Haare rasieren. Was sagst du dazu? Ich mach extra scheiße. Wirst du noch einmal, wo ich den Schminken durfte? Da hab ich auch extra scheiße. Nicht mich, das war Felix. Nein, ich durfte auch einmal die Schminken. Wann denn? Wo wir Klamotten getauscht haben. Ja, das Video ist gar nicht mehr online. Dafür hast kein Bad an. Nein, Leute, aber das war echt ein Broke-Video. Auf jeden Fall, Leute. Drei Kills. Ja, noch eine Runde. Mal schauen, was noch geht. Digga, ich klein halt wie so ein Moderator. Herzlich willkommen bei ProSieben. Was? Gleich schaff ich, äh, Zeig noch mindestens eins. Zeig. Vorbei. Vorbei. Ja, Leute, wir sehen uns auf den Vergleich. Stay fresh. Okay, Leute. Die letzte Runde für Nora. Nora. Die letzte Runde. Du hast schon dreimal die Möglichkeit. Schick. Ich dachte gerade, die Kamera geht aus. Ich sehe aber nicht die Schätze. Leute, wichtig. Folgt mir auf TikTok. Ich heiße auch Steadyprop. Wichtig. Leute, ich versuche Addison Rae zu klären. Seid mal ehrlich. Wen findet ihr schöner? Addison oder Charly? Ich finde beide. Wer findet ihr schöner, Freunde? Addison oder Charly auf TikTok? Das sind ja, glaube ich, die meistabonniertesten? Ja, ne? Leute, Addison. Maschallah. Also wirklich, Addison ist wirklich... Wuhu! Wadäse, Anne! Ich dreh gerade! Danke, Anne! Ich bin gespannt, Freunde. Drei Mal. Ich muss gerade nachdenken. Warum ist hier wieder niemand? Leute, kommt doch her. Ich reiße nicht. Leute, da ist einer da unten. Den kannst du dir an die Schuhe holen. Nö. Wenn du den jetzt kriegst, Freunde, dann darfst du schon viermal. Also das ist schon echt... Bro. Meine Haare schon... Guck mal. Oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Hey Leute, das sind schon vier Stück. Die wollen alle von mir gekriegt werden. Manche die ganze Zeit meinen Bart, aber das ist kein Bart, also es wird bald ein Bart. Mann. BAM! Aber ich schieß drauf. Ich weiß nicht, was das werden soll. Ich weiß nur, was Helikopter bei GTA bedeutet. Bei GTA? GTA! Bei GTA? Nein, GTA Bob sogar, weil das ist einfacher zu spielen. Leute, im GTA, sie spielen echt viel GTA, Leute. Willkommen zurück zu einem GTA-Let's Play, oder was? Ihr seht meine Haare oben, ihr sagt bestimmt so, wow, wow, die müssen geschnitten werden. Leute, ich lass die oben extra ein bisschen wachsen, dann geht's zurück so in die Haare. Da ist einer. Warum sagst du euch immer da, 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 jetzt versuch doch mal den zu holen. Was versuch ich dir gerade? Da, da, oder du bist dran. Ha, ha, ha. Komm her, komm her, komm her. Jetzt ist ja so ein Glück, ne? Ja, Sila, und du scheiße die ganze Zeit. Guckt halb nicht hin und holt ihn irgendwie trotzdem. Hat sich gelohnt, mit Felix zwei Stunden zu spielen, ne? Das merkt man schon. Ich bin noch ein bisschen am Schwitzen hier. Ein bisschen mit mir halten. Ich weiß nicht, ich bin auch wirklich, Quarantäne macht mich echt fertig. Ich kombiniere hier gerade Hemd mit Jogginghose. Ich sehe aus wie Flicken, Franz. Ey. Ich weiß nicht, Freunde, ihr wisst es doch selber. Ich hab doch so null Bock, sich fertig zu machen in Quarantäne. Man wacht auf, man ist verschwitzt, man macht sich ein bisschen fertig. Zähneputzen, Duschen, nein. Aber? Film, fix. Ich finde, bis jetzt hat sich das alles nur wie so ein langes Wochenende. Nein, Freunde. Vor allem, ich schreib ja dieses Jahr Abitur und bei mir ist alles so durcheinander. Keiner hat ne Ahnung, wann Abi wirklich geschrieben wird. Kann sich alles... Also Leute, ey. Und die wollen ja die Schulen hier in Nordrhein-Westfalen noch länger schließen. Vor allem, ich muss echt sagen, 2020, wer dachte auch, wird Baba. Ich. Und echt, 2020 ist ja so broke bis jetzt gestartet. Ich weiß gar nicht, ob dieses Jahr noch irgendwie ne gute Wendung geben kann. Was glaubt ihr, Freunde? Lasst mich in den Kommentaren auf jeden Fall wissen, Bro. Aber wenn ich ehrlich bin, ich glaub 2020 wird, äh, leider, leider Gottes, so ein schönes Jahr von der Zahl wird so ein brokees Jahr von den Ereignissen, wisst ihr? Letztes Jahr war schon mies für mich, aber danach... Letzter Schurr, mein Leben war am Boden, mein Freund mich verlassen, der Hure. Nein. Ich hab meine Pistole an meinen Kopf gedrückt. Wisst ihr? Wir, eigentlich, wollten wir auch wie normale Menschen mit Nudeln, Nassheit feiern, aber was passiert? Filethaus. Ach stimmt. Ich war nicht hier an Silvester, aber Nora, also haben wir mit meiner Familie ganz normal gefeiert. Und unser Hund Dilly, ihr könnt auf Instagram, meine Mutter hat einen Instagram-Account, die heißt dort MuckisLive. Folgt ihr auf Instagram, da sind auch Bilder von meinem Hund. Und, äh, auf jeden Fall ist unser Hund, so ein weißer, süßer Eisbär, so sieht er aus, ist einfach weggerannt an Silvester. Also die hatten Nora und so, die hatten alles vorbereitet und Felix musste dann unseren Hund jagen an Silvester. Ich auch anders. Also ich hab die Storys bei Felix gesehen, du musst so lachen, ne? Felix einfach kurz vor ne Uhr. Oh, oh, nein, doch nicht. Aha, Nora, lass es mit vor, das ist dein eigener Klon. Diese Bomben, die du die ganze Zeit wirfst, die klonen dich. Checkst du es jetzt, dann werdet ihr mehr. Zwei Kills hast du schon? Da hab ich gedacht, ach stimmt, stimmt. Wow, das ist jetzt schon fünfmal damit. Zwei, drei, vier. Also Leute, kleiner Corona-Talk, aber wie gesagt, bleibt alles zu Hause, sehr, sehr wichtig. Stay home, stay positive. Und man muss das halt zusammen durchstehen, so ne? Aber es gibt immer noch so Leute, die gehen trotzdem raus. Ja, das versteh ich auch nicht. Und wenn ich dann alle Girls, die mitgefühlt mit mir haben, schreib mir bitte auf Instagram. I didn't even notice how much I'm savage. Ready? Booty. Ja! Ja! Jo! Wuhu! Nora, es ist doch nur bei fünf. Es ist doch wohl nur bei fünf geblieben. Was sagst du dazu? Das war eine Schokolade. Lass es mal eine Schokolade sein, nicht so machen. Okay, Leute, Nora darf jetzt fünfmal die Haare schneiden. Ah! Leute! Junge, du machst ja wieder eine Achterbahn hinter der Kamera. Leute, wir sind angekommen. Nora darf jetzt die Haare fünfmal, dass sie rein schneiden. Oben nicht. Oben ist tabu. Da auf fünfmal, guckt mal Leute, hier noch vorher. Ich meine, die Friseure, weh zu. Quarantäne. Also, okay, Nora, schneid rein. Wo willst du rein schneiden? Langsam! Weh, du machst schnell. Fünf Schnitte. Ein Schnitt zählt. Eins. Verstanden? Und dann machst du erstmal Pause nach einem Schnitt. Erster Platz, ey ey, geh hoch, 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 hoch. Ah! Stopp! 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 Nein! 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 Ein Schnitt! Egal, ist egal. Eins. Guck! Hä, da sieht man keinen Unterschied. Da ist nichts. Da ist nichts. Doch, ihr verarscht mich. Ich hab's gefühlt. Ein Schnitt! 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 Ja, ich hab alles da! Los, weiter tief, aber nicht so hoch! Lieber reindricken! Mehr Höhe! AAH! Stopp! Scheiße, du bist die drauf. Wie hoch ist die gegangen? In meinem Zimmer? Gar nicht, aber überall ist perfekt noch. Nova, nicht oben! Heee! Ich hab's Gefühl, das ist ne Glatze! Das ist irgendwie hier so. Hier. Wie hoch? Nein! Daaa! Wie hoch? Wie hoch ist das, Nora? Hier endet. Hier endet. Was? Wir schneiden, ihr Wichser. Ich will gar nicht immer noch mehr schneiden. Darf ich einmal? Oh, Junge. Junge, das ist die erste, als ob du so eine Narbe hättest. Aber nicht, die ist voll klein ins Loch. Drück! Drück! Drück hoch! Ey, nicht oben! Das war gar nichts. Du bist halt getrost, Mann. Was hast du gemacht? Nein, das war nicht so. Ah! Hey! Warum drehe ich das Video? Ich bin nicht dumm. Drehe mal umdrehen. Hey, du darfst nicht mehr! Hey! Du siehst ja scheiße aus, du saß doch davor. Du kleine Bratze, Alter. Ich seh so broke aus, ich stell mich so hässlich. Zeig mal richtig, das sieht man nicht. Mann, Soho, was willst du denn sehen von mir? Freunde, Felix, da war wunderbar. Was machst du denn? Nur einmal! Der Höhe noch, es macht so einen Riesenlauf. Freunde, was macht er da? Weißt du mir noch was machen, Trima? Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Du warst mich! Das ist fresh! Das ist fresh! Das ist fresh! Das ist fresh! Das sieht ehrlich frisch aus, eigentlich. Okay, Freunde, wenn ihr euch gefallen habt, gebt ihn noch nach oben. Abonniert den Kanal, werdet enthalten. Das sind Lowbro Gang Gangs. Also ich würde sagen, Daumen nach oben. Abonnieren. Instagram. Instagram. Saddyproj Instagram. Nora stays mit 12. Aber bei 10.000, das reicht, mache ich einen Glatz. Nice! Inter Felix 1, wichtigste Person. Inter Felix 1. Daumen nach oben. Always stay fresh. Abonniert auf jeden Fall. Gebt ihn noch nach oben. Teilt das Video mit eurem Freund und kommentiert, wenn es geht. Ich nehm euch viel lieben. Ich fokke noch auf TikTok. Sidibot. Fire! TikToks. Always stay fresh!